hallo freunde und willkommen zu einem neuen video hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ist ein video in einem anderen form einen 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 format was ist ein format was nämlich wir sind hier in minecraft lange und warum denn man lange was ist in der welt und meint aber natürlich die ästere ja wenn es mir zeigen warum er sagen warum dies ist weil weil es so war die map wurde gegriebt ja warum auch nicht so auf jeden fall deswegen ist hat es meint er hat mein frau auf diesem grund jetzt ist so passiert ja schon schade aber auf jeden fall wir sind wieder hier auf lange man oben sehen kann ja und ihr wisst warum also ich darf euch ein bisschen was also es war so ja ich habe mir so gedacht wir haben wir den ordner mit den ganzen aufnahmen weil auf der man habe ich mit ihm also das feste richtig vor produziert ja richtig vor produziert ja und dort das was da so ein bisschen deutschland was das passiert ist ja wir haben so auf jeden fall ich zeig euch mal wo es angefangen hat weil ihr wisst das natürlich alle noch nicht weil die die folge hatte ein bisschen gelöscht sind die 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 naja so kann er von mir und so ich hatte mit ihm der schulso das muss man was vor uns in der Tat so dass sie und an und so dass sie und haben so gedacht Lastermann und örtliche Stadt dann haben wir so Millionen Jahre ein bisschen ausgegraben bis wir so weit waren letztendlich er hat dann aufgeben ja und dann ist es doch nicht so lang geworden wie wir es eigentlich haben wollten und ja auf jeden Fall wer noch witzig will was mit den Aufnahmen geschehen ist auch zu sehen habe ich sie gelöscht also ich habe sie erst kopiert und dann gelöscht also natürlich alle Aufnahmen die ich an den Zeitpunkt produziert hatte und natürlich habe ich kopiert dann gelöscht und dann konnte ich sie nicht mal hin hineinfügen das war natürlich etwas und somit ist es dann passiert dass die Folge nicht kommen warum wacke so wacke stück nach die Hausregel keine Gänge nach oben keine Spawner oder Erlaubnis auf Augen setzen nicht griepen keine Beteiligten mit Schild keine ohne Erlaubnis in die Stadt einladen und bitte grundstück sichern aber Grundstück sichern alles ver... Tööööööö... was... alle... vertrüse werden... rrrrrrrrrrr... oooooooooooo rooms hoooo오... Was... russ... ... schmisse... bestraft raus primitive.. ooooh.. er hat das geschrieben auf jeden Fall buy creepin und so weiter waren Ruhl Ok Ok Ruhl schützt Ok in Bayern hat man dann gebaut gebaut und dann noch einmal gar keinen Bock mehr ja ich hatte ich hatte keinen Bock mehr ich hatte einfach kein Bock auf der neuer Stadt Stadt eigentlich auch die wir bauen es macht was anderes und das ist ein das ist dann das hier nehmt jetzt mit nachdem und nach da und da und da und da die Stadt wo die denn irgendwie fertig geworden ist keine Ahnung wen verwunder jetzt was keiner mehr denkt ähm und ja äh ich natürlich nicht so dass ähm äh weil ich keinen Bock mehr darauf hatte hab ich mir so gedacht ähm ähm da gibt's wasserquelle so hab ich so gedacht kommt dass man den Villabau nach dem nach der nach dem Projekt mit der unterirdischen Stadt wollte ich mich hier einfach so ein richtiges Luxushaus bauen letztendlich ist es nicht gelungen und also bis jetzt immer noch nicht ne ähm so hab ich mir so gedacht hm dass man die Villabauern sieht die ganz schön toll aus hab ich mir so einen Youtube schon angeguckt und ja letztendlich war es gut so und da wohne ich ja jetzt auch nicht mehr drin so dann hab ich mir so gedacht hm dass man noch ein Haus bauen wird bestimmt noch mal cool aussehen äh und dann ist das hier das dann ist das Haus geworden und das Haus dann hat das ich hab so gedacht jetzt kommt es kommt ich bin noch ein paar Müllereien letztendlich ist es noch nicht ja ja das dann auch noch aus dem Bau nirgendwo krepp so äh ja und letztendlich ist das Haus im Haus mit einem komischen Fernseher und ein Kamin der elektrisch geht so hat vollautomatisch so und jetzt es geht ja alles mit was auf auf überall drin und und nicht wunderbar nicht mehr das mit dem äh äh ein Kiel ja ja gut beziehungsweise 2 ich wollte mich auch mal ein ich hab zwar schon einen naja ja gut das sagt ja das tut dann auch später klar hier ist ein wollten wir eine wollte ich mit der Fliege so eine hochmoderne eine warte eine hoch oh man eine hoch moderne ähm wie nennt man das hier schule machen äh wie nennt man das wait a moment äh so dann wollten wir halt so in eine hochmoderne schule bauen und ja letztendlich ist eine Leuchttung geboten und ja wird hier irgendwas in den Chat geschrieben äh äh ja letztendlich ist es so ein Tor so gehen wir weiter da drüben war noch ein Hotel mit Schweppes hier ein Hotel aber niemand hat gesagt wir dürfen noch weiterbauen keine Ahnung warum drum so auf jeden Fall oh die Sonne ha 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 so hier ist ein Fliegenhotel von Herrn Fliege so da hab ich mir so gedacht hm hier ist so wieder alles zu vielleicht so guck ich da da ist ein Haus was nicht bewohnt ist oder ach ja komm nur ein paar Zeug ja und da hab ich mir so gedacht Scheiß drauf lass noch ein Haus bauen so und jetzt kann ich euch mal was zeigen äh das Haus was ich schon immer mal bauen wollte ja ne eigentlich nicht hab ich nur so als äh ich würde nur so denken hm hm das sind eh äh hier unten ist noch meine Mopfer um zu zeigen hier auch so ein bisschen Information äh wort die Swap ja hier und die Mopfer hm hm m 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 weil das Mikrofon etwas leise ist ne m m m jetzt kann ich mal kurz hier zeigen die Mopfer m de m m m d m m Urban mit then Cage To Das ist ein Wettbewerb. so Freund wir sind gleich wieder bis gleich so wir sind mit dem 3 3 das was ich gerade geschrieben habe das die Leute auf jeden Fall wir sind ein paar vorne ja und die haben reige Fahrt ja ne wirklich hier außerdem rrrr rrrr also ich kann ja mal zeigen hier ich hab die Fahrt da fliegt auch überhaupt nie so auf jeden Fall was ich euch noch sagen sollte ne ist die 1 11 ist bald draußen yeah am 14 November ist die 1 11 draußen und natürlich warum mach ich das Video denn überhaupt vorbei ich möchte die 1 11 von Minecraft lang wieder auf ja ja Applaus doch auf jeden Fall ähm okay das wollte ich nur sagen deswegen mache ich auch das Video ja äh da und weil er die 11 bei äh weil er die 1 11 bei rauskommt gibt es auch ein Branchen und es gibt neue Features äh die weiß ich viel also viele viele weiß bereits äh viele weiß bereits äh von dem Server ne von dem äh von dem äh 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 ich war ich weiß viel von der Endl ja macht keinen Stress da keinen Stress machen äh äh wirklich so ist ganz eng gut aus und ja und das wird dann so gesagt die 1.1 deswegen habe ich auch das Video gemacht und ich habe es und die um 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 kann man denn irgendwie machen das aber bei viele die die alle alle der ja und zuerst den Leuten die 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 Welt auf die Garten Prozent so von der Unterhaltung zu besorgen ab zumindest abgesehen eine Woche nach bei ihr gesagt wird es aber muss ja auch auf die Akte und die werden und das kann nicht gleich an die Trasse doch und deswegen wird ich mehr besagen darf dieses Video heute morgen kommt dann noch eine Folge von der Meistern das wird noch praktisch sein vorher auf den da würde ich jetzt sagen wir sehen uns wir sehen uns dann bis morgen wieder ich bin mir noch nicht sicher vielleicht bringt er noch 2 das 2 auf jeden Fall morgen oder nicht heute an ich weiß nicht wirklich ich weiß wirklich nicht was wenn ob ich heute am Video auf jeden Fall ich habe das irgendwie so ein bisschen und das ist so krass hier unten in der Nähe von langen und die oben an meinen Gesichter und auf der Grund hier und heute da kommen schmacken Prozent Prozent hallo ja äh dann mach's was tschüüüüüüüüüüüüüüüün